Das Wahlergebnis der FDP bei der Bundestagswahl 2009 liegt in weiter Ferne. Von den damaligen 14,6% sind bei den derzeitigen Umfragewerten nur noch 4% übrig. Ein derart schlechtes Ergebnis gab es zuletzt im Oktober 2009. Das Vertrauen der Bundesbürger gegenüber der Partei ist gebrochen. Vor allem Parteivorsitzender Ido Westerwelle steht in starker Kritik. Stimmen werden lauter, Westerwelle solle als Parteivorsitzender zurücktreten. Auch sein Amt als Außenminister wird mittlerweile in Frage gestellt. Studiobühler fragt daher, wie beliebt ist Westerwelle im Ausland? Vertraut man ihm wenigstens hier? Da der Besuch Brasiliens im März 2010 besonders von außenpolitischem Erfolg erkrönt war, ist Studiobühler nun exklusiv nach Rio de Janeiro gereist, um beispielhaft direkt an der Copacabana nachzufragen. Vertraut man Guido Westerwelle wenigstens hier noch? Com licença, você confiaria nesse homem? Ja! Acertei! Ja! Ja, jo ao vero! Jan und schnellerו? Ja! Rubel! Ja! Ja! isterwo american SER� Wie? Ja! Aber es ist schön. Ich würde es auf ihn, weil es schön ist. Und was Sie denken, der Name des Partido? Wenn Sie unsere Sprache tradieren, ich weiß, was es bedeutet. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank, Leute. FTP? Portugals ist eine Bestein. Nein, aber hier auch. Ich habe es nicht gedacht. FTP? 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 So fundo? FTP? Der Puch. Der Puch. Der Puch. Der Puch. Der Puch. Der Puch. Der Puch, da eine andere Name. Das ist deine Mutter. Ich weiß nicht, ob ich die Gravata amarelle brauche. Ich glaube, die Gravata amarelle ist ein bisschen kompliziert. Die Regel ist, dass es niemand von Gravata gibt, oder? Wir machen alles. Die Reaktionen zeigen, dass Guido Westerwelle auch im Ausland nicht mehr wirklich ernst genommen wird. Brasilien wäre also kein Ort für eine postpolitische Zukunft Westerwelles. Schade, denn als ehemaliger Politiker mit rechtswissenschaftlichem Hintergrund hätte er sich hier sicher wohlgefühlt. Danke, zurück ins Studio. Die Frage ist, dass wir uns nicht in der Zeit verhalten haben. Wir sind in der Zeit, die Frage zu dem, was wir auch in der Zeit verhalten haben. Wir machen alle Verbunden, den wir in der Zeit und den Anwalt, können wir auf das ganze Zeit sein. Vielen Dank.